Der Marsch des Lebens ist ein wichtiger Teil dieser Versöhnung. Als wir entdeckten, dass wir selber das Schweigen brechen müssen, da dachten wir über die Todesmärsche in Deutschland nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Konzentrationslager aufgelöst und Hunderttausende von Menschen irrten auf den Straßen Deutschlands. Es wird das letzte Kapitel des Holocaust genannt. Von 750.000 Menschen, die in den Lagern waren, sind 250.000 Menschen noch auf den Straßen gestorben. Sie sind erschossen worden, sie sind erfroren, sie lagen auf den Straßen. Und alle Menschen Deutschlands, die Bevölkerung hat das gesehen. Die Todesmärsche stehen dafür, dass der Holocaust vor den Augen der Bevölkerung stattgefunden hat. Niemand konnte sagen, dass es nicht gesehen hat. Und so entschieden wird 2007, auf diesen Routen der Todesmärsche entlang zu laufen. Um über Lüben darüber zu sprechen. Und das Wort Gottes sagt, das Blut schreit zum Himmel. Und da wo das Blut zum Himmel schreit, da müssen wir uns beugen um Vergebung werden. Und so gingen wir zusammen. Die Nachfahren der Täter, die Nachfahren der Opfer, Juden und Christen. Der erste Weg, das waren 300 Kilometer von Tübingen aus, bis zur Konzentrationsstätte Dachau. Und Gottes Herrlichkeit war um uns herum. Und ich erinnere mich, als wir zur Konzentrationsstätte Dachau kamen, da gingen wir mit einer guten Freundin, die Holocaust-Überlebende war, und als 16-Jährige in diesem Camp befreit wurde. Und wir gingen mit ihr zu dieser Gedenkstätte hinein. Und unsere jüdischen Freunde, die sangen das Kadisch. Und unsere Freunde, die Holocaust-Überlebende, sie brach Weiden zusammen. Wir gingen und nahmen sie in den Arm. Und auf einmal veränderte sich was in ihrem Gesicht. Und auf einmal war so wie ein Schein, so wie eine Herrlichkeit auf ihrem Gesicht. Und wir sagten hinterher zu ihr, was ist eigentlich bei dir passiert? Und sie sagte, weißt du, Folgendes war vor meinem inneren Auge. Und während ich so geweint habe, ist mein hartes Herz, das seit dieser Zeit nie wieder geweint hat, in sechs Millionen Stücke zerbrochen. Und da sah ich die liebenvolle Hände Jesu. Und er nahm die sechs Millionen Stücke. Und er fügte sie zusammen und heilte sie. Und das ist für mich so eine Geschichte, die steht für den Marsch des Lebens. Der Marsch des Lebens breitete sich dann aus, über Deutschland, nach Polen, in die Ukraine. Nach Österreich. In diesem Jahr sind wir in 30 Städten in Deutschland. Und er kam nach Amerika als March of Remembrance. In diesem Jahr sind es in ungefähr 56 Städte Amerikas. Und es geht immer darum, dass wir Holocaust-überlebende ehren. Dass wir versöhnt mit der Geschichte sind. Dass wir uns erinnern und gleichzeitig aber ein Statement, ein Zeichen setzen für die Zukunft. Und das Statement ist, dass Gleichgültigkeit immer auch Schuld bedeutet. Und dass wir in Zeiten von Antisemitismus und Judenhass genauso eben auch ein öffentliches Statement setzen müssen. Und gleichzeitig erleben wir, werden wir uns erinnern und in Versöhnung auf der Straße gehen. Dass wir daraus lernen und dass eben nicht eine Nation über der anderen überlegen ist. Sondern dass wir uns aneinander dienen müssen. Und dass es genauso wie Antisemitismus und Rassismus der einzige Schlüssel, so wie ich es sehe, ist der Schlüssel der Versöhnung. Indem wir das Schweigen zerbrechen. Wir sagen uns nicht nur für den Schönen, die geschlossen sind, die in der Lage war von der Freiheit, die geschlossen sind, die geschlossen sind, die Politik und die J Prosper des Landes, die die ihre H velvenden, und unsere Soldaten, die in der Welt GGV slash villagers in der Welt. Wir closten alle Musik für die Zeit der Jeder系aten in der Welt. Rise up and march against today's anti-Semitism.